Das rote Licht brennt. Ja, jetzt fehlt es. Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Video. Hier neben mir haben wir heute einen Gast, nämlich meine Grossmutter. Guten Abend miteinander. Ja. Wir haben uns einmal gedacht, es gibt doch den einen Kanal, Unusual Memes. Ihr werdet ihn alle kennen, Bombenvideos. Kennst du den Kanal? Nein. Und das kann es ja einfach nicht sein, dass meine Grossmutter, die nicht mal Weyland zu Hause hat, Unusual Memes nicht kennt. Wegen dem machen wir heute unsere Unusual Memes Copilation eine Try Not To Loth Challenge. Das heisst, Grossmutter, wir dürfen nicht lachen. Oh, jeweil. Schaffst du das? Ja, du musst einfach alles traurige Filme bringen. Dann lache ich nicht. Nein, jetzt... Dürfst du nicht lachen? Jo. Dann legen wir doch mal los. So. So. Mach das einmal. Oh, 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 oh. Also so. So, weißt du... Oh, shit, Chris! Oh, shit! Fuckin' he is, man. Oh, dude, they're all. Among us! Among us! I got two, y'all. I got 50 for anybody that can do this. This is how you know a nigga really mad at somebody. He fucked the whole car up. He's still fuckin' my nigga's shit up. Sind deine Sonitäranlagen besser als das? Also, ich muss erst eine Frage, läuft denn das gleichzeitig, läuft das und dass man sieht, dass wir das schauen, oder was? Ja. Hey, 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 stop it! Why? No! Hey, 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 it's the wrong trailer. No, are you serious? Oh, okay. Hahaha. Hahaha. My flat has never seen bubbles, right? So, we're gonna change that y'all. Oh, she's got her pants. Hahaha. Hahaha. Nein. Mama. Biologica. The jack-o-lantern. Hahaha. The chocolate ice. Hahaha. Oh. 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 I'm trying to be f***ing quiet. Blue 42 Hut! You gotta hold it, keep it held down, and then... Don't move! Why the hell were you honking at me? Meow! Oh, you're a fuzzy? You're a fuzzy? Excuse me? Yeah, may I help you? You can't park there. No shits, you're a lot of... What do I look? Oh my god! Oh my god! No! No! I'm in the city! No! 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 Oh shit, that was... Ewe! No! I love that! I love that! No! You're a f***ing f***ing f***ers! Bitch! Motherfuckin' clocks! Look at this ancient-ass clock here. God motherfuckin' Damn! What happened to my motherfuckin' clock, bitch? All of me, bro! Why? Help! God motherfuckin' To be continued... Ja, aber das muss jetzt etwas langweilig sein, wenn wir nur mal hier sitzen. Wieso? Das ist doch nicht langweilig. Also, der ist gut da. Ist es ein gutes Video gewesen? Ja, 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 sicher. Ja, ja. Hast du lachen können? Ich habe die zwar nicht oft gesehen. Nein, ich konnte schon mehr, wenn ich wollte. Ja, in diesem Fall, Leute, lasst ein Like hier, wenn es euch gefallen hat. Wenn ich noch mehr Sachen mit ihr anschauen soll, reagieren soll. Oder wenn wir sonst mal irgendetwas machen müssen. Wenn sie mal eine Runde zocken sollen. Und ja, zum Abschluss, was sagst du dazu? Ja, ist teilweise lustig. Aber ich durfte ja nicht lachen. Enttäuschend, ja. Ja. Ey, sonst machen wir es mit Lachen. Und dann schauen wir ein viel lustiges Video, das dich vom Socken hältst. Gut? Das ist gut. Gut. Also eben, abonnieren unbedingt. Glocken aktivieren, dass ihr das nicht verpasst, wenn wir zwei wieder irgendetwas machen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Und ja, tschüss. Tschüss. Outro 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 Outro